Sie gehen lieber auf Nummer sicher? Dann sollten Sie in diese Farbüberwachungskamera von Visotec investieren. Ein hochauflösender HAD-CCD-Sensor bringt ans Licht, was vor der Linse passiert. Wenn Sie das Gerät an einen Monitor oder an einen Fernseher anschließen, können Sie das Bild sogar live mitverfolgen. Verbinden Sie die Kamera mit einem Videorekorder, können Sie Mitschnitte vom Geschehen machen. Bei Dunkelheit schaltet die Kamera automatisch in den Nachtmodus. Zwölf LEDs sorgen dann für eine prima Nachtsichtaufnahme. Die Kamera lässt sich an der Wand oder Decke montieren. Durch zwei Kugelgelenke können Sie sie perfekt ausrichten. Das Aluminiumgehäuse ist wetterfest, sodass der Einsatz im Freien kein Problem ist. Bei Tag und Nacht eindeutige Bilder. Mit der Farbkamera von Visotec müssen Sie sich um Haus und Hof keine Sorgen mehr machen. Also, nicht lange warten, zugreifen!